Wir gucken jetzt erstmal das Maxify-Video, weil er hat da eine kranke Transformation hingelegt. Let's go, Chet. Alright. Es gab eine Zeit in meinem Leben, in der ich sehr unzufrieden mit mir und meinem Körper war. Die Zeit, in der Mobbing in der Schule zum Alltag gehörte und Beleidigungen zu meinem Körper normal waren. Ich hatte nie ein Ziel im Leben gehabt, Mobbing in der Schule zum Alltag gehörte und Beleidigungen zu meinem Körper normal waren. Er war ein bisschen fett, glaube ich, früher, hat er gesagt, ne? Ich hatte nie ein Ziel im Leben gehabt und war mit einem unzufrieden, was sich durch mein Essverhalten widerspiegelte. Eines Tages kam ich dann zu YouTube und hatte damit was gefunden, was mir ein Ziel im Leben gab. Mir auch. Doch das ganze Durchziehen auf YouTube hatte mein Essverhalten nicht wirklich verbessert. Ich habe mich weiterhin nur durch Süßigkeiten, Fastfood und Softdrinks ernährt. Gut. Mit der Auswanderung nach Madeira war mir eins klar. Ich muss was ändern. Deshalb habe ich am 23. Januar die Fitnessansage hochgeladen und mir somit den Startschuss gegeben. Alright. Nice one. Ich wollte diesen Körper, den ich echt extrem vernachlässigt habe, mit knapp 85 Kilogramm wieder in eine gesunde und sportliche Form bringen. Doch die Frage ist, wie und wo fängt man an? Ja, klar. Naja, eigentlich ist es doch ziemlich simpel. Ich muss mich erst mal von dem ganzen Fastfood, den Süßigkeiten und... Macht das doch wenigstens leer, schmeißt doch nicht weg. ...den Softdrinks verabschieden und anfangen, Sport zu machen. Ich habe mich erst mal mit der Ernährung auseinandergesetzt und mir danach einen Sportplan erstellt für die nächsten 120 Tage. Um sicher zu gehen, dass der Plan auch nicht komplett amiss ist, hatte ich ihn Sascha Huber geschickt und er meinte nur dazu... Jetzt melde ich mich direkt mal mit dir und ich muss mich direkt mal mit heftigen Worten mit dir melden. Bruder, push dein Ego, du bist unterhaltener als alle dort. Das weiß ich. Das weiß ich! So Mexi-Fan, jetzt zeige ich dir ganz kurz deinen persönlichen Trainingsplan. ...delten, nämlich... Dankeschön. Fuck! Ich bin jetzt richtig positiv überrascht, also Wahnsinn, Wahnsinn! Super! Ich muss echt mal sagen, du hast einfach hier, auch was die Ernährung betrifft, eine super Struktur dabei. Du bist sehr, sehr gut aufgestellt, das freut mich auch. Das zeigt mir, ja, du meinst es halt wirklich ernst. Alles erst zum Training, zur Ernährung, also da bist du auch in einer Top-Form, was das Mindset betrifft. Das ist unglaublich. Geil, 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 geil. Und das wird jetzt nie lange dauern, wie es auch der Körper folgt. Du hast der Geist, dann kommt der Körper. Davon, wenn ich möchte, was du schaffen wirst, alles Gute dabei, viel Glück weiterhin. Ja, bei Fragen... Bin richtig gespannt. Ich war bei Mexi-Fan auch paar Mal trainieren. Ja, und dann hieß es für mich nur noch, jeden Tag Sport machen und mich an meine Ernährung halten. Oh Gott, was tue ich mir nur an? So, Vorbereitungen wurden getroffen, jetzt hieß es für mich nur noch, Sport machen. An meinen Push-Tagen im Gym habe ich angefangen mit leichten Joggen, ungefähr fünf Minuten. Danach habe ich mit meinen Schultern ungefähr so zehn Minuten warm gemacht. Danach bin ich zur Bankdrücken gegangen, habe beriert zwischen Korthand oder Langhand. Man muss halt sagen, Mexi-Fan hat natürlich auch schon Plan, weil er hat ja schon... Gibt es dann übrigens super effektiv, weil bei Brustmuskulatur wirklich, gerade mit Gegengewicht normal, wirklich eine sehr, sehr krasse Übung. Mexi-Fan hat natürlich halt auch hier an der Stelle, muss man schon sagen, ein bisschen Erfahrung, was Gym und so angeht, ne? ...fünf, zehn, acht, so in diesem Bereich immer. Anschließend kamen Kniebeugen, da habe ich auch so zwölf, zehn, acht. Was geht, anonym, was geht, was geht, was geht. Danke für die Drecks. ...und sie sind ja 70 Kilogramm, es hat immer so ein bisschen variiert. Danach kamen Schulterdrücken, da habe ich fünf Kilo pro Seite gemacht, das waren insgesamt 30 Kilogramm, da habe ich dann auch wieder zwölf, zehn, acht. Das habe ich eigentlich fast immer gemacht, immer so im Hypophy-Bereich. Und anschließend im Supersatz habe ich Seitenhemen gemacht mit Schulterdrücken zusammen. Ja, den Plan habe ich auch mit ihm zusammen gemacht, wirklich, wirklich. ...und sie sind ja gut reingeballert. Ja, für die Drecksimodels, man. ...und sie sind ja so die Drehzahlgrübung, ca. 20 Kilogramm bei dem Push-Kopf, nochmal über den Kopf ganz kurz gemacht, so ein Dropsatz. Und ja. Der nächste Gym-Tag war der Pool-Day, da habe ich Klimmsüge gemacht, zwölf, zehn, acht wiederholen. Das Ding ist, Mexi-Fan macht sogar Muscle-Ups. Nicht großartig, mehr oder weniger. Anschließend kam Kreuzheben, ich habe angefangen, mich aufzuwählen mit zehn Kilo pro Seite, bin dann hochgegangen zu 20 Kilo und dann anschließend noch mal 35 Kilo pro Seite und habe dann zwölf, zehn, acht Wiederholungen gemacht und ja. Kreuzheben mit 90 Kilo, schon krass. Das war dann so ungefähr, ich würde sagen, 60 Kilogramm, also 50 Kilogramm pro Seite. Auch schon, habe ich auch schon mal gemacht, auch sehr stark, aber 60 Kilo. ...ne Rückenübung gemacht, ich habe da immer ein bisschen variiert, normalerweise auch Puldern oder so, aber keine Ahnung, wie die Übung gerade heißt, wie ihr seht. Anschließend kamen dann noch mal... Schon kranke Gewichte, muss man sagen. ...mit 26 Kilogramm, man braucht nicht krass viel Gewicht und ja. Zum Schluss kamen SZ-Kurz, circa 20 Kilo, also so. Ich glaube, zehn Kilo pro Seite. Ganz geil für die Arme, ne? ...und nochmal den Weg jetzt mit Kurzhandhänge gemacht. Zwischen den Gym-Tagen hieß es dann für mich, laufen, 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 laufen. Ich bin in meinem Leben noch nie so viel gelaufen. Es war insane! Stimmt, Maxi ist auch mal mit Antonia und so joggen gewesen, ne? Ich gehörte Marathonläufer, aber nur halt auf Wish gestellt. Meine Strecke, die ich immer gelaufen bin, war halt immer von hier vom Outdoor-Gym bis nach da hinten zum Steg und wieder zurück. Ich bin jeden zweiten Tag gelaufen, das war absolut ein Segen. Ich bin im Schnitt immer sechs Kilometer gelaufen, so wie man es da gerade sehen kann. Geil, nice. Und am Ende, kurz bevor die Challenge zu Ende war, bin ich hier... Ist aber auch gut, so eine halbe Stunde joggen am Tag tut wirklich, glaube ich, echt gut, man. ...geweils zwölf Kilometer gelaufen. Das ist ein krass guter Plan. Hat keinen Spaß. Hätte ich auch Bock drauf, muss ich ehrlich sagen. Aber am Ende hat es mir gut geholfen. Ja. Wie man sehen kann. Gute Geschwindigkeit auf jeden Fall hier alles. Es sieht echt ordentlich tatsächlich aus, ja. War nicht gerade einfach. Ernährung halt ganz wichtig, ne? Das war's mit dem sportlichen Teil. Jetzt kommen wir zu dem wichtigsten Teil eigentlich in der ganzen Challenge und zwar Thema Ernährung. Ja, wir brauchen nämlich einen Kaloriendefizit, um überhaupt abzunehmen. Und wie habe ich mich ernährt in den letzten 120 Tagen? Sehr clean. Ich war ja auch mit ihm mal ein paar Mal essen, Alter. Und er hat wirklich, also, schon krass gegessen. Methogen ernährt. Eine Diätform, wo man die Kohlenhydratzufuhr auf ein Minimum reduziert. So ungefähr 10 bis 20 Gramm am Tag. Nicht gerade viel, aber so habe ich mich ernährt. Der Rest bestand aus Fetten und Eiweiß. Ungefähr so 30 Prozent Eiweiß. 65 Prozent Fette. Ich habe am Anfang der Diät 2.200 Kalorien gegessen und bin dann pro Monat 100 Kalorien runtergegangen. Am Ende war ich bei 1.800 Kalorien. Meine Meintetten bestanden daraus, dass ich morgens Eier esse. Mittags habe ich wieder Brokkoli mit Lachs gemacht oder auch manchmal mit Chicken oder mit Steak oder Blumenkohl. Ich habe ein bisschen variiert. Abends habe ich für den Tonfüßsalat gemacht und ab und zu gab es Snacks mit Nüssen oder halt ein Shake nach dem Training. Ja, aber Leute, eine Sache und zwar bitte zu mir in den Gefallen. Kieler, Sprotten und Wachtelei-Umlet. Ohne geht es nicht, Mann. Ohne geht es nicht, Chad. Ich sage es euch. Ey, das Ding ist, ich kann euch mal ganz was sagen. Also heute habe ich zum Beispiel echt bis jetzt noch nicht Trash gegessen, aber halt auch nicht gut, sage ich mal. Nur so okayig, I guess. Das habe ich heute gegessen. Ich hatte heute nur Y-Food und so ein Proteinbrötchen drin. Heute Mittag halt die Pancakes. Ja, heute war ein Shit-Tag, aber gestern zum Beispiel. Gestern habe ich gegessen. Dann habe ich mein Dinner vergessen einzutragen. Das fehlte noch. Mal jetzt mal von den Tagen raus. Okay, sagen wir mal den Mittwoch. Da habe ich alles eingetragen. Habe ich gehabt 149 Gramm Proteine, 91 Gramm Zucker und sowas. Und dann ist das halt super viel Käse und sowas gewesen. Was? Super viel Käse halt als Vegetarier und sowas halt. Käse, Eier und sowas halt. Genau. Macht keine Hardcore-Diäten, so wie ich es gemacht habe, sondern versucht einfach eure Essgewohnheiten anzupassen. Versucht keine Softbrings, kein Fastfood oder Süßigkeiten zu essen. Also ich meine, die können jetzt auch unbedingt zu essen. Ja, wenn ich zu viel zu tun habe, ernähre ich mich auch schlecht, aber dann knall ich mir halt sowas ehrlich wie Y-Food oder sowas rein oder Eiweißshakes einfach. Ich esse auch wirklich dann einfach nur so Eiweißkekse und Eiweißpudding und sowas. Es ist auch nicht nice, weil super viel Shit da drin ist, aber no ad, no Werbung. Mehr Gemüse, mehr Obst und ja. Wenn ihr nämlich so Hardcore-Diäten macht, kann es ganz schnell dazu führen, dass ihr den Judo-Effekt bekommt. Yay, das heißt, ihr werdet wahrscheinlich wieder mehr zunehmen, als ihr überhaupt vor der Diät gewogen habt. Also es ist halt dieses, man hebt dann ab, dann ist man so, wie man sich davor ernährt hat und dann geht es wieder hoch und das ist nicht gut. Aber du bist ja von zu Hause aus, will das nicht. Ja, true. Ich glaube jetzt in dem Kontext kann ich mal ganz was schauen. Ich glaube, ich kann, darf ich ja wahrscheinlich gerade in dem Kontext schon machen, wenn ich ein aktuelles Formbild habe. Weiß ich jetzt gar nicht. Ich würde eigentlich auch nochmal irgendwann so ein Transformation-Video-Ding machen, aber das Ding ist halt, dafür habe ich noch nicht genug gemacht, sage ich mal. Aber ich bin, ich muss jetzt mal umschalten, warte mal ganz kurz. Ich kann es nur so rein zeigen. Das bin ich gerade. Ist ganz cool. Ich glaube, ich möchte einfach ein bisschen mehr Brustmuskulatur und sowas haben. Aber so an sich schon ganz, ganz nice eigentlich. Also ich bin echt schon zufrieden so durch, durch viel, durch viel Sport halt einfach auch viel entspannter so im Leben und so. Ist schon, ist schon, äh, schon ganz, ganz angenehm auf jeden Fall, ja. Ihr habt alle reingeguckt, ne? Deswegen, Leute, machen wir keine Diäten. Ja, wir essen einfach gesund. Perfekt. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum finalen Posing, worauf ihr alle gewartet habt. Bin echt gespannt, Mann. Aber was heißt gespannt? Ich habe es schon gesehen, Alex, nur als Bild. Film mal ab. Ah. Das, Jim. Das ist der, Jim. Das ist der Unterschied zwischen mir und den anderen. Ich habe Disziplin. Ja, ich habe auch durchgezogen, Bro. Neben Kai-Flaum hast du alles gesehen wie ein Laura. Kai-Flaum muss eigentlich die Maschine tatsächlich. Also er ist wirklich sehr stabil. Ich wiege gerade 75 Kilo. Ich will einfach noch ein bisschen was zunehmen. Also Kai-Flaum, die können wir jetzt gleich auch noch reinziehen. Da, schon. Damn. 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 1,86. Also allein, dass er so Muscle-Ups und sowas macht, ist halt insane. Das ist schon sehr, sehr clean. Wie ihr seht auch, ist es ein ganz geringer Körperfettanteil. Aber Maxi-Pfeil hat das gleiche Problem wie ich. Der hat auch keine so krass massive Brust, aber sehr, sehr ästhetisch geformt alles. Krass. Maxi-Pfeil hat einen geistkranken Rücken. Krasse Schultern. Krasse Arme. Das ist schon wirklich insane. Das ist schon wirklich sehr insane. Schon eine krasse Form, Mann. Schon eine sehr krasse Form. Also schon allein hier Rücken, Latt und sowas kommt hier so krass raus. Unterrücken auch trainiert. Hier die Schultermuskulatur. Nackenbereich. Das ist schon sehr, sehr insane. Ja, schon eine kranke Form. Schon krass. Also in 120 Tagen diese Transformation. Auch hier Bauch. Also geisteskranke Arme halt, ne? Crazy. Crazy, crazy, crazy. So, okay, Leute, das war's mit dem finalen Pausing. Wie findet ihr die Form von mir? Krass, 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 krass. Schreibt doch bitte in die Kommentare. Am Anfang der Challenge wurde die 84,5 Kilo. Well done. Well fucking done, wirklich. Sehr, sehr gut.